Ich kritze jetzt hier irgendwas mit meinem Brush Pen hier hin. Ja, und zeichne das, was ich sehe. Und es ist, oh mein Gott, was sehe ich? Oh mein Gott. Mein Brush Pen ist etwas kaputt, deswegen ist es so, ähm, franzig. Die liebe Franziska ist am Start. Ich bin doch kein Villager, ich mache ein anatomisches Herz. Menschen fragen sich, warum ich anatomische Herzen so liebe. Ja, ich liebe anatomische Herzen. Ich meine, habt ihr das nicht gesehen? Oder das hier, und ich habe noch so viele Kritzeleien in meinen, ähm, Heften von der Schule. Ey, aber was ist quasi Paunfarbe? Die sind einfach nicht rausgefallen. Typisch Paula, muss immer rausfallen, na, ganz ehrlich. Na, natürlich sind die eigentlich roteste, aber ich habe keine roteste, die einfach, ähm, gelb. Mal vorhin noch so ein paar Adern rein, weil, meh, viele Menschen stehen auf Adern. Diese zwei Striche hier, die nerven extrem, weil ich kann die halt nicht wegradieren. Ich meine, dein Gesicht kann ich auch noch einfach nicht wegradieren, weil ich es nicht mag. Soll ich jetzt ein bisschen schattieren mit meinem Postcom-Marker? Ich brauche ein bisschen mehr Farbe und das ist immer noch kein rot. Ein bisschen Drip, weil jeder braucht Drip. Problem ist, nicht jeder hat es, wie ich. So ein bisschen pink ins Spiel. Ich hoffe, das sah gut aus. Ja, ich muss ein bisschen meine Kreativität auslassen, jetzt muss ich nur noch ein paar Highlights machen, und ich weiß, weil es bis jetzt wieder trocken ist, weil es jetzt mit den Dings vermischt. Kann man noch erkennen, dass es ein anatomisches Herz ist? Joa.